Wir haben jetzt die Szene, wo er zuerst ziemlich traurig ist, bei er allein ist, er geht aber auf die Alm, weil er das Trauriggeschirr schon ein bisschen aufzipft. Und wir haben die Gesichtsausdrücke, wie einer traurig ist und wie einer lustig ist. Ja, du saubere, du! Das nächste wird dann für mich eigentlich die schönste Strophe sein. Und sie schluckt mir sich so ein, schmurzt das, ich schmurzt das, ich schmurzt das. So, jetzt kannst du üben und üben. Und sie schluckt mir sich so ein, schmurzt das, ich schmurzt das. Und go! So. Also sie schluckt mir sich so ein, in ein schmurzt das ist da, ich verwir zum Balance. Wo solltest. Und sie schluckt mir sich so ein, in ein schmurzt das ist da, ich verwir zum Balance.